Hallo und herzlich willkommen zum Kanal von DreamteamWid. Ja, es sollte jetzt ein Video kommen, das sollte den Titel haben Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten und ich fange diesmal mit den schlechten Nachrichten an. Leider muss ich sagen, muss die LAN-Party ausfallen. Ja, dumm gelaufen würde ich sagen, es haben sich zu wenig Leute angemeldet. Aber nächstes Jahr, die wird auf jeden Fall stattfinden. Das war die schlechte Nachricht, ja, aber wir haben auch eine gute Nachricht. Das Let's Eat wird auf jeden Fall stattfinden und nicht nur einmal, sondern wir werden mehrere Let's Eats machen. Ein Weihnachts-Special, wahrscheinlich auch ein Osterspecial. Da kommt einiges auf uns zu. Mir ist jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke. Egal. Ja, vielleicht wird das erste Let's Eat schon diese Woche gedreht. Das sind so die guten Nachrichten. Also ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass was passiert. Ich konnte jetzt die letzte Zeit wenig machen. Dafür haben Justus und Gaffi sehr viel gemacht. Und hier nochmal ein kleines Dankeschön von mir. Ihr habt super Arbeit geleistet. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ich bin stolz auf euch. Und ohne euch wären wir jetzt nicht, wo wir jetzt sind, sondern, ja doch, ohne euch wären wir sowieso nicht da, wo wir jetzt sind. Aber eigentlich will ich damit sagen, dass wir wirklich sehr weit gekommen sind, dank euch. Und ich hoffe, von euch werden noch viele Let's Plays kommen. Von mir werden jetzt auch demnächst Let's Plays kommen. Ich werde es jetzt mit dem Laptop machen von mir. Und der funktioniert, komischerweise. Ja, was gibt es auch zu sagen? Wie gesagt, das Dankeschön an Gaffi und Justus, dass sie so grandiose Arbeit gemacht haben. Und jetzt kommt der nächste neues Banner von uns. Und da werden auch Justus und Gaffi mit drauf sein. Aber das wird kein normales Banner. Freut euch drauf, denn eine Freundin von mir ist Künstlerin. Und die hat was echt Geniales abgeliefert. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den Let's Eats. Schaltet ein. Abonniert uns. Und empfehlt uns weiter. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.